. Er hört sich doch. Also kick sich das immer an. Bis hierher und nicht weiter. Opa, sind Sie ins Wüde? Hier ist niemand lebenswüde. Du lausst die Uhr runter. Hier ist ein Park und keine Rennbahn. Ja, richtig. Herunter von Opet und die Show. Wo leben wir denn? Nehmen Sie die Hände da weg, Opa. Ich kann körperliche Berührung nicht leiden. Wer sich in Gefahr begibt. Kommt direkt rum. Wir zeigen, wer sich in Gefahr begibt. Fass mich nicht an, sonst wäre es gallig. Wack mal, Opa, ich bin gleich wieder da. Lass mich gar nicht wieder her flicken. Was meinen Sie, wie oft Sie mich schon getärgert haben? Dann müsste man der Polizei mal Bescheid sagen. Polizei. Das mach ich alle mal noch alleine. Stirneinsatz zwar gleichmäßig Dreieck. Dann kannst du mit der Beine machen, was du willst. Beknackt, Alter. Und das hast du dir alles alleine beigebracht? Das habe ich bei den alten Inder gelesen. Von den Jungs, die sich auf den Nagelbretter rumlümmeln. Warten von den Rapieren? Ach Mensch, bist du bescheuert. Fahrkieren. Ey Männer, da hinten im Park ist dein Opa. Reg dich auf, weil ich Moped fahre. Los kommt die Latte rein doch. Die Idee. Ja, die sind in der Tiefe. Los geht's weiter. Das ist so wichtig. Ich bin da, dass wir jetzt wieder da sind. Da ist die Schnaubfressen! Grundweise hast du den Respekt vor dem Alter! Easy Rider! Easy Rider! Opa! Ihr hört doch endlich auf, ihr Bestchen! Wuhuu! 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 Wuhuuu! 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 Was ist denn da hinten noch? Ach komm weiter, misch dich da nicht ein! Was geht's dich an?